Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video-Kanal mit mir, Herr Sofort und dem! Herr Sofort und heute ist uns etwas ganz Witziges passiert. Und zwar... Passt auf! Peinlich! Es ist witzig! Mega peinlich! Es ist witzig! Abartig peinlich! Und zwar, Leute, es ist uns toll, dass es passiert... Guckt's euch am besten einfach an! Ja, guckt's euch an! Guckt's euch einfach am besten an! Herr Gleich at its best! Ja, Herr Sofort und ich, wir hatten ein Match gemacht. Er musste nochmal kurz seine Blase entleeren, währenddem er aus dem Bus springt. So, dann... Als er zurückgekommen ist, werdet ihr gleich sehen, was dann passiert ist. Ja... Das ist extrem witzig! Relativ spät kam er zurück. Dadurch ist er fast ins Meer gefallen. Das ist aber noch nicht das Schlimme. Er hat es ja dann noch geschafft, sich zu retten. Und jetzt... Ne, noch nicht spoilern! Ja. So, jetzt... Leute, ich hab hier Autofly an. Das bedeutet, ähm... Ich flieg jetzt automatisch und ich war da zu dem Zeitpunkt... Hab ich noch an der Maul... War ich noch an der Maul... Bin jetzt weggegangen, irgendwann. Hab kurz auf mein Haus genommen. So, war jetzt weg. War weg. War weg. Hab mir nichts Böses dabei gedacht. Vor allem, als ich noch weg war, sag ich jetzt mal... Sieht ja eigentlich auch noch gut aus, wenn man das so sieht. Ja. Also, aus der Sicht wundert mich das eigentlich, dass das überhaupt so passiert ist. Also, zu dem Zeitpunkt sieht es noch gut aus. Oh. Hahaha. Okay. Volli, wie knapp das ist! Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Volli, wie knapp das ist! Ja, guck, guck, guck! Ey, du berührst ihn fast noch mal in den Füßen, ne? So. Wusch! Hahaha. Jetzt komm ich zurück! Warte, Leute! Jetzt bin ich schon da... Jetzt stellt er fest, oh scheiße, ich flieg fast ins Meer. Hahaha. Und landet da unten auf dieser Plattform. Jetzt ruft er sofort mich, ich bin hier unten. Jetzt müsstest du in meine Sicht gehen. Du hast ja nicht viele Perspektiven. Ich denk mir, oh scheiße, ich muss jetzt Material farmen. Ich muss versuchen, ihn jetzt da unten zu retten. Die Border ist... Ja, wie war es mit der Border? Die Border... Ja. War noch... Nee, die Border kann man noch nicht sehen. Border kann man nicht sehen? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt kann man es erst sehen. Ah, okay. Wir waren sogar in der Border. Ja, gut, du wärst aus der Border raus gewesen, ne? Ganz knapp. Ja, ganz knapp. Ich farme jetzt, um Herrn sofort zu retten, ja? Ja, und das ist jetzt... Herrgleich edits best. Aber ich geb mir Mühe, ich geb mir wirklich Mühe. Also ich... Ja, nur Leute, Herrgleich ist echt nicht gut. Ja. Tatsächlich, wenn Herrgleich da unten gelandet, hätte ich das geschafft. Jetzt hast du schon gespoilert, so. Ja, ja, ja. Vielleicht schaff ich's ja auch. Ja. So. Ich mein, es ist ja klar, es heißt ja schon Fail, ja? Also irgendwas muss ja Fail passieren, ja? Ja. So. So, also, ich... Ich baue jetzt hier ab. Ich brauche... Wir waren noch in der Linie gewesen. Reicht das Material? Vielleicht reicht das Material ja nicht, ja? Wer weiß. Das war so witzig. Ich habe gedacht, ich gehe da runter, ja? Und dann brauchen wir natürlich auch wieder Material, um hochzukommen. Genau. So, jetzt guckt er gleich da runter. So, jetzt muss ich erst mal schauen, wo ist er denn überhaupt? Vor allem, das siehst du eigentlich auch oben auf der Karte. Ja. Ja, da unten, da muss er ja irgendwo sein. Dieses Ding, da habe ich mir gedacht, verdammt tief hier. Leck mich am Buckel. Ist das tief? Jetzt guck ich mal. Er steht mit seiner Karte da. Ja. So, jetzt muss ich erst mal... Ja gut, wegen dem Material, wegen dem Bauen. Also gut, jetzt überlege ich, hä? Wie komme ich da jetzt am besten runter und wieder hoch? Vor allem, das Witzigste ist... Da habe ich da hinten eine Plattform gesehen. Da hinten ist jetzt eine Plattform Garten. Ja, genau. Und Leute, die Fortnite-Spiele unter euch wissen, dass man da auch stirbt. Wenn man da einfach... Also ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt ein bisschen einen Fehler mache oder so an dieser Plattform... Ja natürlich, wenn du ein bisschen Fehler machst. Dann kann ich das da eher überleben als das andere. Ja. So. Er ist ja halb so hoch. Also... Halb so tief. Oder halb so tief. Ja. Okay, dann... Gleich beste Treppe! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! So. Guck mal. Ich mache das perfekt. Das ist der größte Bruch. Und jetzt müssen wir ihn machen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Er noch nicht. Erstmal. Du kannst ihn ja wieder zurückspulen. So. Jetzt... Ich kämpfe mich vor. Ich kämpfe mich vor. Ich sehe ihn schon. Ich bin gleich bei ihm. Bin total stolz. Und äh... So. Jetzt kannst du mal an deine Sicht zurückgehen. Nein? Du musst einfach nur hier ein Stückchen zurück. Ja. Ich spule zurück. Äh... Ja. Das war jetzt... Ähm... Herr Sofortz. Jetzt mal aus Herr Sofortz. So. Da oben ist... Guck mal wie professionell das aussieht. Ja. Super Profi. Und jetzt... Das Witzigste ist... Jetzt denke ich mir so... Ach! Da ist er ja! Jetzt gucke ich da her. Ja. Er kommt. Dann stellen wir mich schon hin. Und dann... Und dann... Ist das schlecht? Ist das schlecht? Schlecht? Ehrlich wahr? Ja, Leute. Es tut mir leid. Ich bin halt... Ich bin halt... Ob es jetzt in Minecraft ist. Oder jetzt hier in Fortnite. Oder... Ich bin halt... Äh... Ja. Das... Es war jetzt... Ja. Aber hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo, ein Like da. Und schreibt es in die Kommentare. Bis dann rein. Tschüss! 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 Tschüss!